ich bin eigentlich wie ich habe alle ja auch da das ist das du machst du wachst du jetzt aber kalt oder das ist ja schön 17 Ja, kommen wir mal hier gleich weiter. Der letzte tötet sich jetzt eh selbst. Oh ja, sehr gut. Oh, scheiße, ist leichter. Oh, er hat sich gar nicht selbst getötet, aber das Ding doch nicht. Ganz kalt noch. Ich finde, dass das halt nichts gemacht hat, die ganze Mission über. Das ist halt einfach der Oberhammer, man. Das ist halt einfach der Oberhammer. Eisenbahn 88, passt. Hä? Fragmente interessiert keinen Fall. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt hier rumliegen. Irgendwie der wie die Tomaten. Und drei Orangen. Hurra. Äh. Gerade aufbrechen. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwas Sonderding bekommen oder so? Oder? Ich habe 88 Eis jetzt hier aufgesammelt, aber es müsste auch noch mehr sein, oder? Oder ist das nur das Zeug, was wir hier einsammeln? Hm. 100? Echt, Alter? Das ist nur das, was man auf der Scheißkarte findet? Für was level ich denn die auch, wenn am Ende sowieso bloß so ein Mist dabei rauskommt? Also fast die Frage, ob die Meister-Axt aufleveln nicht gescheiter wäre. Oh, der Crit geht ja gar nicht hoch, außer auf 5. Schweinerei. Und wie schaut es mit der Meister-Lanze aus? Oh. Aber mein Ding wäre es wenigstens dann 50-50. Oh, ich brauche hier gar kein Eisen mehr. Silber und Stahl. Wow. Ich habe halt bloß das. Aber ich glaube, ich werde schon Liberation aufrüsten. Oder? Ha. Oh, der Meister-Bogen hat Crit-Shaws. Oh, der Meister-Bogen hat einen Silber-Bogen. Der hat 13. Der hat ja keinen Crit, aber zieh dafür einen Haufen ab. Entsprechend leer sie nicht auf. Oh, du brauchst nicht hier drauf! Are they? Oh, du brauchst kannst du nehmen. Oh, du brauchst sowas schon. Oh, du brauchst halt schon. Oh. Hä? 19 Kraft? Treffer 75? Was wird denn da draus? Ja, weil ich jetzt nicht speichere, wenn ich sowas mache. Hm. Silberbogen. Silberbogen plus 1 geht auf 15 hoch. Aber da geht es auf 19. Trefferrate geht halt ein bisschen runter. Geschwindigkeit dafür Höhe. Wollen wir mal, ich will wissen, was rauskommt. Sonnenbogen. Wow. Ah, okay. Hätte ich mir denken können. Aber will ich den haben? Alter, der zieht halt so viel ab, man. Aber dass der Reichweite nur 2 hat, stört mich. Langbogen hat er 2 bis 3, ne? Alter, ich hab noch 20 Silber und 10.000. Ich werde hier sein. Ja, das lade ich wieder. Gehen wir mal kurz zurück und laden das nochmal. Hö? Ja, ich weiß, ich war gerade schon drin. Sehr gut. Vorm Rüsti müssen wir sein. Das Buch Flut kann noch benachbare Gegner angreifen. Okay. Aber wir können jetzt auch wieder in das Trending-Stick gehen, ne? Die Etienne noch ein bisschen hochleveln. Die Etienne noch ein bisschen hochleveln. Äh, die Etienne. Die Etienne noch ein bisschen hochleveln. Das sollte ein lustiger Workout sein. Kein Hinweis. Nein. Oh. Oh, das stößt so glab. Oh. Ich bin Etienne. Ein Räume von Fyrinnais. Eine Trainingssession mit dir sollte sich interessiert werden. Oh. 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 Da gibt's halt auch eine, eine Gespräch verfügung. Am brauchten können wir nicht. und das wird wird lernen. ведern. Ah. Sehr schön Schlag Okay. jetzt sind sich immer nur Schlagbeה, war schon sehr ruhig intern, verюда. Okay. Jetzt haben wir so eigentlich alles, ne? Trainingsplatz Teich. Es läuft schon mal echt lang. Wie jetzt? Was ist das Ding für einen Trainingsplatz? So. Sehr nett. Wie schwer willst du gehen? Wie schwer willst du gehen? Wie schwer willst du gehen? Schön. Sieht gut. Hör da rein. Hör auf. Perfekt. Du hast es. Sieht gut. Du hast es. Schön. Sieht gut. Sieht gut. Du hast es. Hör auf. Ich bin in so Spielen schon immer ganz gut meistens. Wenn ich es mal einschätzen kann einigermaßen. Nice. Hör auf. Nice. Great job. Ich bin so stolz. Ich krieg ja trotzdem bloß Stärke ein. Lass uns das mal wieder machen. Also man bekommt halt wirklich das was die Viecher da hergeben. Und er hat eine Eisenbahn gefunden. Milch. 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 Ah ja. Weg zum Ergebnis. Hä? Hä? So. Äh. Ja. Dann gehen wir noch gleich mal weiter. Hätte ich gesagt. Ich wollte es einfach nur etwas upgraden. Aber ich glaube das machen wir später. Ja. Scheiße. Das Essenszeug hätte ich mal auch machen können. Äh. Egal. Wie schaut es bei dir aus? Klassen-Base Level 20. Material denn nix? Eisenstahl. Panakamel. Eliushund. Ah. Let's go. Erhöht sich eigentlich die Geschwindigkeit je nachdem was ich noch dabei habe an einer Ausrüstung. Aber da wäre ja optimieren wäre ja dann blöd. Weil ich bin mir ein das war im letzten Fall. In den Three Houses war das so. Umso weniger du dabei hattest umso besser warst du. Plus drei. Achso das ist das was ich eh ok. Wir haben unsere Charaktere die wir sonst auch immer haben. Oh wir dürfen einen mehr mitnehmen. Position. Du kommst natürlich vorne hin. Und du kommst auch da hin. Und du kommst da hin. Uiuiui. Alter. Das sind auch. Fünfzehn. Fünfzehn. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Fünfundzwanzig. Neunundzwanzig. Ging da. Leck mich fett. Ja. Ich will den Alfred gar nicht dabei haben. Immer lieber sieben. Fünf. 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 Ich mag jetzt oder ähnlich. Entstanden. Ich würde es nicht missen. Jetzt kommen die ja eh nicht mal durch ne. Ok. können die auf mich werfen ja der stirbt auch mit einem schlag 35 dass wir uns erst mal so stehen hätte ich ok ständig keine gedrückt halten da geht schneller oh silberbogen probierst du dich mein freund ey wie die halt mit dem korbsschaden einfach viel mehr abziehen wie normal aber es passt ganz gut und jetzt kann ich nämlich mit einer ätieren oder ätilen wer bringt mir der oder der ich habe meine weite Ich werde tun, was ich muss. Ich zuerst! Den schaffst du nicht? Ne, ne, der Max geht's doch sehen. Sehr schön! 18! Bestimmte Alia kann sich den schnappen. Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Ihr Steward ist bereit. Sehr schön, siehst du es auch schon auf 13. Gut, gut beenden. Du bist auf 13. Die Geschichte endet hier. Und so, der Nächste hat die Glückwunsch. Der letzte Blut! Untertitelung des ZDF, 2020